Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige Ihnen heute ein neues PA-Array-System von Yamaha. StagePass 1K ist ein tragbares PA-Komplettsystem, das jeden Ort schnell und mühelos in eine Bühne verwandelt. Es lässt sich in kürzester Zeit auf- und wieder abbauen und kommt ohne Lautsprecherverkabelung aus. Durch die mitgelieferten Distanzstücke kann das Lautsprecher-Array problemlos den Gegebenheiten angepasst werden. Ein 1000 Watt Class-D-Verstärker betreibt das Lautsprecher-Array aus 10 kleinen 1,5 Zoll Hochtoneinheiten sowie den 12 Zoll Subwoofer. Das gesamte System erzeugt einen Schalldruckpegel bis zu 119 dB. Die beeindruckenden Abstrahlwinkel von 170 Grad horizontal und 30 Grad vertikal erreichen eine gleichmäßige Abdeckung auch über größere Distanzen. Der 5-Kanal-Digitalmixer mit 3-Combo-Jack und einem Stereo-Eingang bietet eine außergewöhnliche Anschlussflexibilität mit einer ganzen Reihe von Klanganpassungsmöglichkeiten. Jeder Kanal einen One-Nob-EQ mit verschiedenen Voreinstellungen. Die Stereo-Summe bietet einen Mode-Regler. Dieser ermöglicht eine optimale Kompression für verschiedene Anwendungen wie Sprache oder Musik. So ist der perfekte Mix schnell und leicht eingerichtet. Ein SPX-Effektprozessor mit vier verschiedenen Effekttypen ist eingebaut. Mit einem optionalen Fußschalter lassen sich die SPX-Effekte stumm schalten. Eine Editor-App ist für iOS und Android erhältlich und wird über Bluetooth mit der Stagepass verbunden. Einstellungen können bequem gespeichert und abgerufen werden. MP3- oder CD-Player lassen sich entweder über eine 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse anschließen oder über Bluetooth verbinden. Für größere Veranstaltungen können zwei Stagepass 1K per Linkanschluss gekoppelt werden. Sowohl Stereo- als auch Mono-Wiedergabe sind so möglich. Im Lieferumfang ist eine Schutzhülle enthalten. Sie dient gleichzeitig als Tasche für die beiden Abstandshalter und das Lautsprecher-Array. Zusätzliche Fächer bieten Platz für Mikrofone und Kabel. Ein optionaler Dolly ist für den bequemeren Transport des Systems erhältlich. Stagepass 1K eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen. Zum Beispiel DJ, Singer-Songwriter, Entertainer, kleine Kombo oder Band oder als Beschallungssystem in einer Kirche. Ideal ist auch der Einsatz für Sprachanwendungen, zum Beispiel bei Ihrer nächsten Präsentation. Untertitelung des ZDF, 2020